Was ist dein Tageswerk als Changemaker? Für die Bindungssicherheit der Kinder zu sorgen. Wir stärken die Eltern in der Kompetenz, für die Bindungssicherheit der Kinder zu sorgen. Wir vermitteln bundesweit kostenfreie Übernachtung für Eltern, die über weite Distanzen vom Kind entfernt leben. Und sie erhalten von uns kostenfreie Übernachtung am Wohnort des Kindes. Wir vermitteln die Eltern in Kindergärten, wo sie am Wochenende die Räume nutzen dürfen für einen kindgerechten Umgang an einem guten Ort. Und wir stärken die Eltern in der Bindungskompetenz durch ein Elterncoaching. Was sind so die Schlüsselqualifikationen für einen Changemaker? Ganz kurz in einem Satz. Ein Changemaker bringt voran, wenn er die Wunden in seiner Biografie als kreatives Potenzial nutzt, Umwelt zu gestalten. Denn ich glaube, da liegt so seine große Wirkkraft drin, die er mitbringen kann. Super. Für die Machbarschaft, was ja Thema heute ist von dieser Ashoka-Konferenz. Gibt es persönliche Wünsche? Was wünschst du dir, damit eine Gesellschaft noch veränderungsfreundlicher zum Beispiel wird? Was wünschst du dir für Machbarschaft in der Zukunft, in der nahen Zukunft? Ich wünsche mir für Machbarschaft, dass wir furchtlos werden, wenn wir Türen öffnen. Was man hier auch unter anderem heute lernen kann, indem man sich vernetzt. Was denkst du denn, was du heute persönlich neben dieser Ehrung als Fellow heute mitnehmen kannst? Was kannst du hier heute lernen? Wir vertreten Flechtwerk für Kinder mit zwei Elternhäusern und wir brauchen auch ein Flechtwerk. Und vor allem ein Flechtwerk an Erfahrungsschätzen der anderen. Das ist das, was ich mitnehme. Kinder sind ja eine ganz zentrale Aufgabe bei dir. Was denkst du denn, was Kinder für eine Rolle spielen in der Veränderung, in der Zukunft unserer Gesellschaft? Die Kinder brauchen die Gewissheit, dass sie verbunden sind mit der Gesellschaft. Vielen Dank. Vielen Dank.